Moin Moin, wie man in Hamburg sagt. Mein Name ist Klaassenrich Lammers. Ich bin der Ärztliche Direktor der Asklepress Klinik Nord Ochsenzoll. Für einen Hamburger muss man das nicht erklären. Ochsenzoll ist ein stehender Begriff. Für alle, die nicht aus Hamburg kommen, wir sind so weit und breit die größte Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Als Ärztlicher Direktor bin ich gewissermaßen verantwortlich, so ein großes Gebilde mit auch vielen verschiedenen Chefärzten so zusammenzuhalten, was keine wirklich sehr schwierige Aufgabe ist, weil ich doch sehr viele sehr nette, erfahrene Kolleginnen und Kollegen auf der Führungsebene habe. Ich persönlich leite noch chefärztlich die Klinik für affektive Störungen. Da behandeln wir Patienten mit schweren Depressionen, bipolaren Störungen, Angsterkrankungen, Zwangsstörungen bis hin zu Essstörungen. Mein persönliches Hobby gewissermaßen sind narzisstische Patienten, die auch immer wieder in unsere Abteilung kommen, die ich überwiegend ambulant behandle. Das ist so etwas, was mich interessiert und fasziniert neben meiner hauptberuflichen Arbeit gewissermaßen als Chefarzt. Als Psychiater werden Sie nicht wundern, dass man grundsätzlich zu Gesprächen bereit ist, sich über Gespräche freut. Deswegen, falls Sie irgendwelche Fragen haben oder Anliegen haben, zögern Sie nicht, einfach die Kontaktdaten zu nutzen und sich zu melden.